Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Suck-Mack-Kracken. Ähm, wir geben heute den Code ein, den der Fallschirmspringer benutzt hat. Und damit meine ich den Piloten. Rot, grün, grün, blau. Der sollte uns dann nämlich übers Meer bringen. Rot. Grün. Grün. Blau. Oh nein, benutze Fallschirm. Sehr gut. Cool. Fallschirm benutzt. Und nun fallen wir. Immer weiter. Ich frage mich, wie lange wir hier noch fallen. Vielleicht hätte ich den Fallschirm später aufmachen sollen. Ach so, drei Bildschirme sind da anscheinend. Uh. Oh oh, kommt da ein Hai? Uff. Ich bin froh, dass ich das Sitzkissen habe. Damit halte ich es eine Stunde aus. Benutze Sitzkissen. Auf. Ach so, muss ich gar nicht. Okay, dann benutzen wir die Tröte. Und jetzt kommt der Hai, der laut Guide angeblich ein Delfin ist. Was auch stimmt. Und jetzt benutzen wir den blauen Kristall auf Delfin. Und jetzt ertrinken wir wahrscheinlich. Ah. Ah, das kennen wir ja schon. Was ist passiert? Jemand hat den blauen Kristall benutzt. Okay. Ah, Hilfe. Aber wir sind jetzt ein Delfin. Und schwimmen in die Tiefsee. Wow. Das ist ja irgendwie total verrückt. Seetang. Okay. Nimm. Seetang. Das ist aber ein riesiger Seetang. Das ist ein unterirdischer Vulkan. Ein Unterwasservulkan, meine ich natürlich. Oberfläche wollen wir nicht. Das ist ja cool. Ist das Atlantis da hinten oder so? Aber eine Plattform. Nehmen wir noch mehr Seetang? Warum nicht? Nehmen wir den da auch noch. Oh. Leuchtendes Objekt. Das wegen dem sind wir hier. Nix wie an die Oberfläche. Gib leuchtendes Objekt zu Zack. Zu Zack. Wo hast du die Artefakte her? Sag ich dir nicht. So, jetzt müssen wir glaube ich nur warten, bis wir verdummt sind, oder? Mehr nicht. Das ist schon schön gemacht, dass wir hier unten jetzt quasi unsere ganzen Befehle verlieren. Fand ich echt lustig. Beim ersten Mal. Aber nur beim ersten Mal. Jetzt finde ich es total schlimm. Blöd. Ne. Aber die Aliens sind auch ein bisschen doof, ne? Dass die uns hier so verdummen. Und dann lassen die uns einfach gehen. Ach, da habe ich noch die Playstation-Liste von vor ein paar Folgen. Da waren es nur noch drei Sachen, die wir machen können. Wenn wir G2 verlieren, können wir uns nicht mal mehr bewegen. Okay, sie dürfen jetzt gehen. Aber ich kann gar nicht mehr gehen. Doch, gehe zu und wechsel geht noch. Na gut. Jetzt müssen wir uns kurz die Beine vertreten, dann werden wir wieder schlau. Bisschen frische Luft schnappen. Mir geht es schon wieder besser. Benutze. Ich will eigentlich nur, ziehe an, hätte ich gerne. Das wäre gut. Was ist? Lies. Ich kann schon wieder lesen. Immerhin. Und geben. Ich finde es witzig, dass er sich erst wieder daran erinnert, wie man liest. Und dann erinnert er sich daran, wie man anderen Leuten Sachen gibt. Ah, okay. Von mir aus. Sag mal, bin ich gerade doof? Wo ist denn bitte mein Hut und meine Nase? Hä? Haben die mir die auch abgenommen? Das ist ja mal gemein. Jetzt muss ich wahrscheinlich durch das Loch in meinem Apartment einbrechen, oder? Wahrscheinlich. So, jetzt passt mal auf. Jetzt müssen wir die Artefakte zurückbekommen. Genau, im Schlafzimmer mit dem Schraubenschlüssel. Das finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Genau. Die nehmen uns unsere Verkleidung also auch ab. Gemeinheit. Ich dachte nämlich, ich kann da einfach hingehen. Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Wo bist du? Schraubenschlüssel. Benutzen auf. Lose Bretter. Äh, lose Bretter. Aua. Nein, hat er das jetzt gehört? Ah, come on. Ein Eindringling. Hätte ich was anders machen sollen? Lauf. Lauf. Schnell, komm. Gehen wir in die Zelle? Ach, verdammt. Wie kamst du hier rein? Ich wollte Ihnen die Zelle locken und einsperren. Hat leider nicht funktioniert. Na, da müssen wir wohl nochmal verdummen. Hurra. Das ist ja toll. Aber währenddessen lese ich jetzt mal, was wir hier machen müssen. Und mache das Verdummungssum ein bisschen leiser. Okay. Also. Blablabla. Die losen Bretter mit den Schraubenschlüssel. Mit dem Seil. Kommst du lautlos nach unten. Und kannst den Schrank plündern. Ähm. Was ist los? Ich bin gerade echt verwirrt, weil im Guide steht sogar, ich kann auch einfach die Nasenbrille benutzen. Das geht leichter. Aber... Naja, auf jeden Fall können wir das Seil jetzt benutzen danach. Um runter uns abzuseilen. Es hat nicht... Du Spiel, du hast nicht zufällig Auto gesaved vorher. Nee. Schade. Ja, ich bin ja selber schuld. Warum speichere ich denn nicht selber? Automatisch. Ich? Ich? Automatisch. Was? Naja. Und dann müssen wir den Lottoschein noch kaufen. Oh ja, stimmt. Nicht, dass das schon wieder... Na, das wäre blöd, wenn wir die Ziehung verpasst hätten. Das wäre richtig blöd. Verdammt. Hoffentlich nicht. Ja, aber jetzt sind wir echt fast wieder da, wo wir waren. Jetzt müssen wir noch durch die ganzen einzelnen Dungeons navigieren. Aber das mache ich jetzt auch mit Komplettlösung, weil... Ich meine, mein Karten zeichnen und alles und der Kunden hat ganz viel Zeit gebraucht. Aber in den Guides ist es eigentlich immer nur hier, zweite Tür links, zweite Tür links, rechts geradeaus oder sowas. Und dann ist man da. Es ist eigentlich immer alles sehr leicht. Ja. So, jetzt können wir schon mal zurück in die Wohnung gehen, bis sich unser Sack wieder ein bisschen regeneriert. Jetzt müssen wir warten, bis unser Benutzen-Knopf wiederkommt. Jetzt können wir schlafen, bis unser Benutzen-Knopf wiederkommt. Dann können wir schlafen währenddessen. Das wird doch gut. Benutze Bett. Na gut, benutze Seil auf Loch, und jetzt benutze Seil, ui, schön, und jetzt schalte ich mal den Verdummungsautomaten von an auf an. Hör, das ging doch beim letzten Mal, ja. Nein! 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 Das kann doch nicht sein, das war doch beim letzten Mal nicht so. Ach komm schon! Nein! Das ist ja wirklich furchtbar, warum denn eigentlich? Ich versteh das gar nicht, weil ich den, hätte ich den Hebel nicht drücken dürfen, oder was hat er denn jetzt gehört? Versteh ich wirklich nicht. Und ich kann auch die Cutscenes hier nicht überspringen, es ist wirklich die Hölle hier. Es ist die Hölle. Aber keine Sorge, jetzt speichere ich bevor ich runterklettere. Beim letzten Mal konnte ich das machen ohne Probleme, deswegen versteh ich das nicht. So, benutze Seil auf Loch. Benutze Seil. Oh, ich wollte speichern vorher! Ah! Bin so blöd, ey! Na gut, passt schon. So, und jetzt ganz schnell zur Schranktür. Oh, ich hab kein Öffnen! Ich hab noch gar kein Öffnen! Na super! Ich kann nur nicht sagen, dass es einfach zeitlich ist, dass der jetzt gleich mich hört und kommt. Und dann ist es voll blöd, dass ich... Oh Gott, ey! Na los! Nein! Nicht abnehmen! Öffnen! 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 Das ist echt gemein, oder? Ich hab' mit dem Cursor in die Dunkelheit. Zieh an, nimm ab, benutze, schalte ein, weil öffnen wird leider das letzte sein. Nein, nicht ganz, okay. So, ich hoffe, wir haben jetzt Eier. Hier, unser Hut und unsere Nasenbrille haben wir wieder. Hä? Na, was los? Okay, cool. Na dann, tach. Na, Gott sei Dank. Haben wir das doch noch geschafft. Okay, cool. Dann haben wir jetzt auch den Kristall wieder, nehme ich an. Die Kristallscherbe. Das seltsame, leuchtende Objekt, das wir gar nicht hatten beim letzten Mal. Da bin ich jetzt gespannt, was wir damit eigentlich machen und wie und was und wo. Und keine Ahnung, aber cool. Das speichern wir. Das ist einen Speicherwert, würde ich sagen. Sehr gut. Der gelbe Kristall. Jetzt fliegen wir nach Lima. Ach so, Lotto. Oh Gott, ja, natürlich, Lotto spielen und zwar schnell. Das hätte ich beinahe vergessen. Das haben wir in einer anderen Realität gemacht, das Lotto spielen. Diesmal sind die Zahlen nämlich 5, 4, 0, 9. 5, 4, 0, 9. 5, 4, 0, 9. Lotto los. Sehr gut. Okay. Okay. Also, auf zum Flughafen, auf nach Lima. Tröten wir dem Fahrer wieder wach, wie immer. Los geht's. Ach so, ich vergesse mal, dass man danach auch noch zum Flugzeug gehen muss. Ah, der Vogel kommt jetzt. Okay. Haben wir da beim letzten Mal alles richtig gemacht? Legt die Brokum auf die Futterstelle. Vogel erscheint. Nun, ähm... Blauer Kristall. Beeilung, die Außerirdischen kommen. Okay. Wartet mal. Flieg mit dem Vogel hinter das rechte Auge, von uns aus gesehen. Die Schriftrolle ist hinter dem linken Auge. Die kann er mitnehmen. Ach so, wir sollen uns hier laut Guide absichtlich von den Aliens erfangen lassen, damit wir einen kostenlosen Flug zurück nach San Francisco kriegen. Das ist ja auch nicht doof. Aber eigentlich hätte ich doch genug Geld. Aber ich mach's lieber so, wie's hier steht. Und inzwischen sollten wir dann auch schon im Lotto gewonnen haben, wenn alles funktioniert hat. Na gut. Dann machen wir das mal, oder? Brotkrumen, da haben wir die. 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 Sehr schön. kleiner, winziger, schwarzer Vogel aus irgendeinem Grund mitnehmen. Klar. Gut. Auf zurück zu Zack. Maxleepyhead. Ich hab mal ein bisschen lauter gemacht, das Spiel wieder. Dass man die schöne Dschungelatmosphäre hört. Hab ich ganz vergessen. Hab ja beim Summen leiser gemacht, ne? Dieb Schriftrolle zu Zack. Jetzt läutet mein Telefon. Aber hey, wir sind eh schon so ziemlich am Ende der Folge, ne? Zeitlich. Das passt eh. Dann speichere ich jetzt und beim nächsten Mal kommen die Aliens. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.